Diese Musik ist Tanzmusik und das Pintorps Boogie Woogie ist das beste Stück, um das vorzumachen. Und zwar funktioniert das so. Der Pianist, so wie ich, der spielt das dann so. Dann tanzen sie so mit, so. Und dann gibt es im Stück so ganz plötzlich so Stop-Times. Da so Halt, Stop! Und dann muss der Tänzer einfrieren, so. Nicht mehr bewegen. Bis der Pianist sagt, Boogie Woogie, dann geht's los. Wir können das ja mal machen. Also das Stück funktioniert so. Das ist wichtig, dass sie dazu tanzen eigentlich. Wenn sie tanzen möchten, hier irgendwo, denken sie dran, wenn ich sage, Stop! Einfiegel, nicht mehr bewegen. Und erst mal gesagt, Boogie Woogie, wir machen das jetzt mal. Ich spiele einen zweiteiligen, und zwar erst mal ganz am Anfang, kommt original so ein Pintorps Nist, das gespielt hat. Na, okay. Ja. 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 Musik Stop it! Jetzt woogie woogie! Musik Stop it! Musik Musik Stop it! Musik Stop it! Musik Stop it! Musik 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 Musik